Die Blindnietzange hier ist gerade mal 200 Millimeter lang, nimmt es aber trotzdem mit Nieten bis zu 4,8 Millimeter in Stahl auf. Möglich wird dies durch den innovativen Mechanismus hier im Kopf, der einen viel geringeren Kraftaufwand nötig macht. Zudem innovativ ist auch der Mundstück Wechsel ohne Werkzeug. Ich habe Mundstücke 2,4, 3,2, 4 und 4,8 Millimeter. Eins sitzt immer vorne im Kopf und drei habe ich praktisch aufbewahrt im Griff. Einfach herausschrauben und aus dem Griff dann das passende Mundstück wählen und vorne wieder einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank.